wenn du mir quasi jetzt die 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 taktik verraten hast ja ich habe heilbeeren gekauft ich weiß mich die taktik für speedruns nicht bin kein speedrunner eine taktik wird sein weil hier drüben ist noch der wir sind da meine taktik wird jetzt gerade dieselbe sein wie beim bei dem anderen ding ich werde man nicht brauchen muss der sein du da und da wenn man nah dran sind können wir über mit kanon mit mit dem schwert zuschlagen wenn er weit weg ist werden wir so weiter weg ist wer mit der shotgun schießen ja hier war ja auch einer ich weiß nicht wie die taktik bei dem sein wird hier kann man noch nichts machen zielen bin ich denn da trink ich seh mich nicht trink ich bin was war das Das war's. Also das funktioniert schlecht. Was ist mit ... die falschen Tasten? Hier. Der verliert auch immer wieder den Fokus. Hier, Fokus verloren. Ich seh nicht, wo ich bin. Die Reichweite von meinen Zielen ist zu gering. Die Reichweite von meinen Zielen ist zu gering. Den Überblick. Karana? Das ist nicht hilfreich. Also das funktioniert auch nicht. Wir versuchen ihn einzueisen. So müssen wir aber wieder nah dran. Und dann ... 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 dinge die ich nicht wissen wirks lati 150 1 das heißt wir werden uns mal ein bisschen durch den tempel hier durch fräsen schnauze schnauze die weg hallo ich bin höchsten ja der haute ab der sack so im ersten bereich kriegt man schon fast 150 zusammen dann hier es war eine box die doch gerade erschlagen so ich gehe rein sterben du stück schnauze gibt es auch noch die und dich dich da oben ignoriert diese ganze abteilung hat mir knapp 150 gegeben ein bisschen magie noch dazu wenn man nicht brauchen hier oben lang gegangen ich glaube ja hier sind können wir lockern machen das wäre auch eine idee ok durch den wein scheinen wir mehr schaden zu machen durch das war ein glas jetzt ist so ein magier gerade ohne das glas parat gerade ohne das glas war es Es gibt bloß die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Feuer lösche oder was. Und da oben will ich zuerst killen, hier seid ihr egal, dumm, sack, jetzt sind wir bei 300 bahn 40, wenn hier wieder raus, glaub so zehn Puppen werde ich mir holen, auf der letzten Handbuchseite. Was boah, sind 1500, 300 haben wir schon. Scheiße, haste die Tastenbelegung. Geh mir aus der Sonne, du Stück. Zauber, solange so was kannst du nämlich nicht abhauen. Was viele, sind das viele, sind das zu viele, sind das zu wenig. Hätte ich niemals irgendwie ein bisschen abhauen. Eine Münze ausgeben können, damit ich das mit der Taktik schaffe, bin mir das echt bescheuert. Geh mir aus. Geh mir aus. Geh mir aus. Geh mir aus. Untertitelung des ZDF, 2020